kann ich bitte hinreisen so wie erst mal so bitte kommt in mein zimmer und müssen dort sprechen jetzt kann mir einer verraten wo das zimmer sein soll jetzt wird er mir ja nicht ohne grund sagen das ist ein untergrund untergrund ding viele betten haben hier oben 3 in welchem zimmer kollege mich reinlegen und 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 in welchem zimmer kollege ist so richtig informativ dieses spiel ach man haben wir nicht hier dann und 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 keine ahnung wo das sein soll mein freund ich werde jetzt erst mal in die innen gehen kannst du nicht das ist so ein rein verarscht dass er so stecken bleibt na komm wir übernachten jetzt krieg ich die information wo ich mit denen muss nein krieg ich nicht der schneicht hier auch und kommt nicht voran in welches zimmer kollege das ist die frage gibt es keine information wo ich hin muss mit dir ich muss übersehen oder so ich bin da hier ein zimmer da zimmer da zimmer aber ja wie gesagt spiel ist es informativ wenn du mir nicht sagst wo ich hin muss mit ihm kann jetzt natürlich über hingehen ach und der andere nachts ok das heißt nachts kriege ich waffen hier das ist das zimmer ok ist auch wieder nur als zwischenraum dient das ist das das ist das das ist das das ist das Ich muss hier sein, dass ich hier bin. Ich weiß, warum ich hier bin. Sie ist eine wundere Frau. Ich wollte das. Und ich sollte glücklich sein. Denn heute, du bist. Ich weiß, dass du glücklich bist. Das ist toll. Wir haben immer versucht, die Kinder zu erzählen. Aber ich bin sicher, dass du uns nicht geholfen hast. Entschuldigung. Du bist richtig. Du hast auch gehört. Du hast auch gehört. Das ist eine wundere Frau, wenn ein Wulst sagte etwas über mich zu haben. Ich habe eine Werte. Mein Ancestor war jetzt meine Mutter und ich. Wir sind die einzige in dieser Blutland. Also, wenn ich... Ich bin für ihre Sicherheit. Also, wenn ich... Also, wenn ich das, muss ich dir fragen, ob ich... ...warte... 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 ... Warte... ... Aber ich hatte... ...tergen Ich habe nicht. Entschuldigung. Ich komme, nachdem ich kann. Ich hoffe, dass du... Dann Nachtzieher zu sein, um an den Waffenladen zu kommen. Weil eventuell haben die eine höhere Waffe als meine, die ich benutzen kann. Eine Schenke. Ich muss nochmal in die Inn. Die Inn ist. Wird hier natürlich nicht ausgezeichnet. Aus der Waffenladen. Und hier hinten müsste die Kirche sein. Ah, dann ist da hinten die Inn. Einmal im Kreis gehen. Och, der ist auch noch nicht weitergekommen. Ist natürlich auch geil. So, ich würde mal gerne über Nacht bleiben. Über Nacht und bis zur Nacht ausruhen. Okay. Ich habe bestimmt auch Geld gekostet. Ne, irgendwie nicht. So. Ach, das ist ja mir lieber, wenn ihr beides ist. Ah. Guten Tag. Oh, die ist natürlich weniger. Also eigentlich und das ist ein Falken. Falkenmesser. Für Jessica nicht geil gewesen. Drachenspalter. Und der wurde der Bomberank. Ja, der würde natürlich auch später viel mehr Schaden austeilen, ne? Aber ne. Okay, schon mal gut zu wissen. Ja, die könnte er haben. Ja. Die Münzen sind ja auch uninteressant dafür. Ich ziehe mir die Medaillen. Ja, noch mal Kupfer. Okay. Hm. Lassen wir da. Aber, ich würde sagen, da wir ihn, glaube ich, nirgendswo mehr speichern können, werde ich jetzt an dieser Stelle hier speichern. Mit dem alten Kern hier quatschen. Und euch sagen, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Euer Flash. Und tschüßeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal.